Eilmeldung! Grünes Rennen um die Kanzlerkandidatur In einer aufsehenerregenden Entwicklung im politischen Berlin deutet alles darauf hin, dass im Herzen der Grünen ein intensiver Machtkampf tobt. Wirtschaftsminister Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock, zwei Schwergewichte der Partei, scheinen gleichermaßen das Amt des Bundeskanzlers ins Visier zu nehmen. Diese Konstellation verspricht die Grünen und möglicherweise die gesamte deutsche Politiklandschaft in den kommenden Monaten zu prägen. Robert Habeck, der sein Profil in letzter Zeit zunehmend von den nüchternen Themen der Wirtschaftspolitik hin zu einer breiteren, global orientierten Agenda verschoben hat, macht kein Geheimnis aus seinen Ambitionen. Mit markanten Auftritten und einer offensiven Kommunikationsstrategie, die soziale Medien einschließt, positioniert er sich deutlich als potenzieller Kanzlerkandidat der Grünen. Ein Insider aus den Reihen der Grünen zitiert, Habeck lasse keinen Zweifel daran, dass er sich definitiv zutraut, das Kanzleramt zu holen und gegen die politische Konkurrenz anzutreten. Auf der anderen Seite steht Annalena Baerbock, deren Weg zur Spitze der deutschen Außenpolitik nicht ohne Kontroversen war. Trotz der Kritik an ihrem Wahlkampf bei der letzten Bundestagswahl und den Vorwürfen bezüglich Plagiaten in ihrem Buch behält sie eine hohe Popularität innerhalb der Partei und darüber hinaus. Ihr Anspruch auf die Kanzlerkandidatur scheint ungebrochen, unterstützt durch eine Fraktion innerhalb der Grünen, die fest zu ihr steht. Dieses interne Ringen um die Führung könnte die Grünen vor die Herausforderung eines Mitgliedervotums stellen, sollte keine Einigung erzielt werden. Dabei steht nicht nur die Frage im Raum, wer die besseren Chancen hat, das Kanzleramt zu erobern, sondern auch, wer die Vision und die Führungskraft besitzt, um Deutschland in diesen turbulenten Zeiten zu lenken. Die Debatte um die Eignung beider Kandidaten spiegelt eine breitere Diskussion über die Zukunft und die Ausrichtung der Grünen wider. Während Habeck für eine pragmatische, wirtschaftsfreundliche Politik steht, verkörpert Baerbock den Kampf für Klimaschutz und eine progressive Agenda. Die Entscheidung, wer letztlich das Rennen macht, wird weitreichende Implikationen für die Partei und ihre Strategie in den kommenden Wahlen haben. In einer Zeit, in der die Beliebtheitswerte der Grünen hinter den Erwartungen zurückbleiben, wird die Auswahl des Kanzlerkandidaten als entscheidend angesehen, um das Vertrauen der Wähler zurückzugewinnen und die politischen Ziele der Partei voranzutreiben. Wie sich diese innerparteiliche Dynamik entwickelt, bleibt abzuwarten, aber eines ist sicher. Die Augen der Nation werden auf den Grünen ruhen, während sie sich auf eine der bedeutendsten Entscheidungen in ihrer jüngeren Geschichte vorbereiten.